Willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute wieder ein Unboxing-Video, weil ich habe schon lange Zeit kein Video mehr hochgeladen. Ich habe eine lange Pause gemacht, weil ich musste sehr viel für die Schule lernen, also für Klassenarbeiten und deswegen kam kein neues Video. Genau. Also, wie ich schon gesagt habe, ich mache ein Unboxing-Henry, der Schreckliche. Dieser Film ist aus dem Jahr 2011. Der Film ist ab sechs Jahren. Da steht drauf, Hauptfilm ab null. Auf der Rückseite sieht man zwei Bilder und einen Text zum Film. Wer es gerne durchlesen möchte, kann gerne auf Pause drücken. Ansonsten schauen wir erst mal diese DVD von innen an. Hier sieht man zwei 3D-Brillen. Hier zwei Discs, einen 2D und einmal einen 3D. Ja, sonst ist nichts Besonderes drin. Also, worum geht es denn im Film? Es geht auch ein Junge namens Henry. Der macht seine Hausaufgaben nicht und der will Rockstar werden. Und er tritt in eine Talent-Show auf. Ja. Ja, aber mehr will ich euch nicht verraten. Weil, sonst wäre das Spoiler. Genau. Also, unbedingt diesen Film angucken. Sehr zu empfehlen. Das ist auch richtig witzig, diese Kommune. Ja. Und wenn ihr auch diesen Film gesehen habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Also, danke fürs Zuschauen, für das Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr keinen neuen Videos mehr verpasst. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss.